Musik Es ist viel passiert im Winter. Steffi ist mit ihrem neuen Baum eingezogen. Manni hat einen neuen Schreibtisch bekommen. Ja, und ich bin über einen Blumentopf gestolpert. Hey Joe! Hm? Was denn? Weißt du, wann Steffi wiederkommt? Äh... Bei mir hat sie nichts gesagt. Sie wollte eigentlich nur kurz einkaufen gehen. Ja, ich weiß schon. Die ist schon ziemlich lange weg. Hm. Ja, die PC wird schon irgendwann kommen. Äh... Weißt du was? Es kommt bald ein richtig geiler, neuer PC auf den Markt. Richtig geil. Ja, wie immer halt, ne? Richtig geil. Weißt du, mit den Mikro-Prozessoren und den Mikro-Controllern, das ist richtig geil. Weißt du? Und dieses Motherboard, das ist auch einfach der Hammer. Ich hab gehört, es gibt neue Rosen, die bald wieder aufblühen und so. Und ich würde mir auch gerne wieder neue Blumen besorgen. Ich meine, die sind schon ganz hübsch und sowas, aber ich muss mir mal bald neue besorgen. Und am besten ist die Software, da weißt du das? Hör mir doch mal zu! Und... Ach, so genial. Ja, altes Maul, Mann. Hm. Und der neue Computer, der hat so viele mehr... Altsen Maul! Ja, okay. Endlich. Jetzt können wir mal darüber reden, was wirklich wichtig ist. Aber was denn? Du weißt doch, dass ich einen Blumenladen hab, ne? Mhm. Die neuen Bestellungen sind endlich da! Wer ist da? Das ist, das ist... Die neuen Bestellungen! Ja und? Das ist, das ist, das ist wirklich interessant. Ich meine, ich hab noch nie Blumen gesehen, die so schön aussehen, die Rosen! Beschäftige dich doch mal mit dem Internet! Nein, das Internet ist langweilig. Ach, das ist ja überhaupt nicht langweilig! Was machst du denn sonst den ganzen Tag, als deine Blumen zu füttern? Man füttert keine Blumen! Ja, was machst du dann? Dankeschön! Wie stellst du dir das vor? Das sind keine Raubtiere! Das sind niedliche Blumen! Ja, woher soll ich das denn wissen? Das weiß man! Ich hab ne Idee, okay? Ich beschäftige mich einen Tag lang mit deinen Blumen. Okay. Wenn du dich einen Tag lang mit dem Computer beschäftigst. Okay? Ja... Und zwar machen wir das morgen. Aber... Was kann man da denn so... Das erkläre ich dir dann alles morgen, okay? Okay, ja... Abgemacht! So, und jetzt muss ich doch ein paar Sachen hier machen. Ich hab trotzdem noch Hunger. Und diese Blattläuse...